Hallo, ich heiße Emra, ich bin 37 Jahre alt und habe seit über 10 Jahren Psoriasis, eine mittlich schwere Form der Schuppenflechte gehabt. Beruflich bin ich Zugführer und ich bin Papa von zwei Kindern. Und seit neuestem bin ich erscheinungsfrei, dank der, den ich als Coach hatte. Und mit dessen Hilfe ich in einer sehr kurzen Zeit erscheinungsfrei wurde. Wie sich das mit meiner Krankheit entwickelt hat und wie es bisher herkam, das möchte ich euch in diesem Video kurz erzählen. Und genau wie bereits am Anfang gesagt, diese Krankheit hat mich seit über 10 Jahren begleitet. Und zu Beginn war das eine kleine Stelle auf der Kopfhaut, die ich aber sehr schnell im Griff hatte mit einer Salbe und konnte einfach leicht behandeln. Und es hatte auch keine Einschränkungen auf mein Leben. Ich konnte mein Leben wie gewohnt weiterleben. Und ja, das ging dann so weiter. Bis zum, ja, bis zu Beginn meines Studiums. Das war dann so ein neuer Lebensabschnitt bei mir. Und da kam halt Prüfungsstress dazu. Viel Lernstoff und ich musste einer Arbeit nachgehen, um mir mein Studium zu finanzieren. Und das waren dann so, wenn ich jetzt so zurückblicke, Faktoren, die dazu geführt haben, dass mein Krankheitsbild sich verschlechert hatte. So im Nachhinein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, waren das mit Sicherheit Faktoren, Stressbedingte, die dazu geführt haben, dass meine Schwumpflechte sich verschlechtert hat. Ja, und fortan dann habe ich gemerkt, dass diese Krankheit mir gewisse Einschränkungen im Leben gebracht hat. Ja, so meine Freizeitgestaltung musste halt dementsprechend angepasst werden. Also schwimmen war jetzt nicht mehr so möglich. Urlaub am Strand war auch nicht mehr möglich. Ich habe dann halt einfach versucht, aus dieser Situation zu flüchten. Was natürlich falsch war. Aber ich wusste nur, ich allein trage die Konsequenzen. Also habe ich das auch so gemacht, leider. Dass je schlechter mein Schwumpflecht wurde, umso mehr habe ich versucht, aus dieser Situation zu flüchten. Und ich habe mir dann gedacht, gehst du wieder zum Arzt und fragst einfach nach alternativen Therapien. Weil mit der Salbe ging das halt nicht mehr. Und dann war ich beim selben Arzt und habe dann so andere Therapieformen ausprobiert. Wie Badesalztherapie und Lichttherapie oder Ther. Und habe dann gemerkt aber, dass diese ganzen Therapien in keinem Verhältnis standen zu einem gesunden Leben. Das heißt, der Aufwand war viel zu hoch und der Nutzen, der dabei rauskam, war viel zu gering. Ja, dann habe ich gemerkt, dass diese Krankheit nun allgegenwärtig ist. Dass sie präsent ist und ich die eigentlich so nicht mehr wegkriege. Also ich habe mich in gewisser Maßen damit abgefunden. Leider. Wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke heute. Und ja, diese Krankheit hatte fortan über mein Leben entschieden. Und welche Klamotten ich trage, wie meine Freizeitgestaltung aussieht. Welchen Beruf ich ausübe. Und in welchen Kreisen ich mich bewegen kann in der Gesellschaft. Das alles hat diese Krankheit mit sich gebracht. Und ja, in gewisser Maßen konnte ich mit diesen Konsequenzen leben. Dann bis zu einem Punkt, wo dann meine Kinder auf die Welt kamen. Und mit zunehmendem Alter war auch dann der Wunsch da, mehr Freizeitaktivitäten zu gestalten, mehr gemeinsam was zu unternehmen. Und ich habe dann realisiert, also es war so ein Wandel. Es war dann so dieser Knackpunkt. Ich habe dann realisiert, dass diese Krankheit nicht nur Einschränkungen auf mein Leben gebracht, also auf mich gebracht hat, solange jetzt diese Einschränkungen auch auf die Kinder und auf die gesamte Familie sozusagen gebracht hat. Ja, das hat mich unendlich verletzt, unendlich traurig gemacht, dass ich mit meinen Kindern nicht schwimmen gehen konnte, dass ich keinen Urlaub am Strand machen konnte. Und dass diese Einschränkungen auch jetzt eigentlich, ja, für die ganze Familie, die ganze Familie war davon betroffen. Und es war eine wirklich schwierige Situation. Ich habe dann ernsthaft angefangen nachzudenken, ob das so weitergehen kann. Und ja, habe dann entschlossen, wieder zum Arzt zu gehen. Aber diesmal mir zweite Meinung zu holen und bin dann zum Arzt gegangen. Und dann habe ich mir eine dritte Meinung geholt, bin dann zum anderen Arzt gegangen. Und habe aber dann schnell festgestellt, dass, ja, die Therapien nicht anders waren, waren wesentlich anders als die, die ich vorher hatte. Und habe gemerkt, dass ich schnell an die Grenzen gestoßen bin. Und, ja, ich dann wirklich nicht mehr wusste, wie das weitergehen soll. Ich habe dann einfach versucht, über Internet, ja, von Betroffenen, die den ähnlichen Leidensweg hatten oder so ähnlichen Krankheitsverlauf hatten, dass ich irgendwie mit denen, ähm, von denen irgendwelche Informationen aufschnappen kann. Also, dass ich mir so Betroffene anhöre. Und, ja, war dann im Internet unterwegs und bin dann schnell auf Dejan gestoßen, auf seine Videos, aufmerksam geworden. Ich habe mir dann seine Videos angeschaut und ich war begeistert. Also, ich war wirklich begeistert, weil ich habe da viele neue Sachen gehört, viele neue Zusammenhänge, die ich so vorher nicht kannte. Es war eine total andere, neue Perspektive für mich, ähm, bezogen auf diese Krankheit. Und, ähm, ich habe dann, ja, ich habe dann einen Kommentar dagelassen, habe mich bedankt, so als Betroffener, das habe ich dann auch so geschrieben, dass ich sehr dankbar bin, dass er diese Information teilt und, ähm, dass ich viele neue Sachen dadurch lernen konnte. Und, äh, es war dann ganz, äh, ging dann rasch. Dejan hat dann geantwortet und hat gemeint, ähm, ob ich bereit bin, ihm meine Story zu erzählen. Und ich war natürlich, ähm, ja, begeistert, weil normalerweise über meine Krankheit habe ich, äh, mit niemandem geredet, außer mein engster Kreis wusste davon. Und, ähm, aber sonst habe ich keine Betroffenen in der Familie gehabt und auch keine Freunde. Also da war kein Austausch da. Und in Selbsthilfegruppen, das kam auch nie in Frage für mich, ich weiß nicht warum. Also, ich bin da so, ähm, ja, habe da nie so nach, nach, ähm, Lösungen gesucht. Aber wäre wahrscheinlich vielleicht dahin gekommen, wenn ich jetzt, äh, mit Dejan das nicht so weit gebracht hätte. Ähm, das war halt mein Glück. Dejan war meine erste und beste Wahl. Ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann weiß ich, dass es einfach, ähm, ja, das war Jackpot. Das war Jackpot, dass ich, äh, als, als jemand, der auf der Suche war nach Betroffenen, die, ähm, die es geschafft haben, erscheinungsfrei zu werden und die das dann auch mitgeteilt haben, dass das, dass ich so ein Riesenglück hatte, ja. Dass ich halt, mit, das mit meiner, mit meiner Suche nicht so lange gedauert hat. Das meine ich damit. Ja, und ich habe dann, äh, den Kontakt zu Dejan aufgenommen und habe ihm dann meine Geschichte erzählt, so, meinen Krankheitsverlauf. Und das, äh, hat sich dann schnell ergeben, das eine nach dem anderen. Dejan hat mir Hilfe angeboten. Ich habe natürlich, ähm, weil ich auch den Wunsch hatte, jede kleine, noch so positive Veränderung herbeizuführen, ähm, 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 ja, jede Hilfe anzunehmen. Und, ähm, da habe ich, ähm, natürlich war ich dann bereit, auch seine Hilfe anzunehmen. Und, das ging dann relativ schnell. Dejan hat für mich den Plan ausgearbeitet und, äh, hat mich dann aus diesem Dschungel praktisch, wo ich drin war, in diesem Labyrinth, von, ähm, richtige Auswahl von Ärzten, ähm, der richtige Ernährungsplan, Darmaufbau, äh, richtige Informationsbeschaffung, von den Krankenkassen und so weiter, das alles so, in diesem Dschungel, ähm, ja, da hat er mich an der Hand gehalten und da rausgeführt. Und, das ging relativ schnell. Also, innerhalb von zwei Monaten war ich dann erscheinungsfrei. Ich hatte die richtigen Informationen bekommen. Ähm, der Zugang zu den Ärzten war, viel, viel besser. Die Kommunikation war viel besser. Das war wichtig, mit den Ärzten, ähm, so zu reden, dass ich die richtigen Fragen stelle. Weil man hat ja nicht viel Zeit, ne, bei so Behandlungsgesprächen. Also, da war es immer wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Informationen zu bekommen. Also, es hat das enorm verbessert und das hat dann auch, ähm, ähm, schlussendlich dazu geführt, dass ich dann, äh, ja, schnell zum Erfolg kam. Und, ähm, wir haben dann für mich individuell einen Plan ausgearbeitet, der für mich zugeschnitten war. Und, ähm, ja, ich habe mich an diesem Plan gehalten und, äh, meine, meine Erwartung war, äh, jede kleine positive Veränderung herbeizuführen. Das hätte mich schon glücklich gemacht, weil ich hätte mich dann da dran geklammert, wenn ich wüsste, es geht und wird besser, dann würde ich mich dran klammern und alles geben und versuchen, dass es dann, ähm, noch besser wird. Also, ich habe einfach praktisch den, den richtigen Weg gesucht, die, die richtige Richtung. Äh, und, ähm, ja, das war dann so, dass ich nach zwei Monaten, also, das hätte ich mir nie erträumt, ähm, das war auch nie meine Erwartung, innerhalb von zwei Monaten erscheinungsfrei zu werden. Und, ähm, Dejan hat dann, er hat keine Wunder herbeigewirkt oder, äh, er hat nicht das Unmögliche möglich gemacht, nur, was er gemacht hat, ist, er hat mir die richtigen Informationen zur Verfügung gestellt, er hat für mich einen Plan ausgearbeitet, individuell, ähm, ähm, sei es Ernährung, sei es, ähm, Darmaufbau, sei es, ähm, die, die Auswahl von Ärzten, die richtige Auswahl, welcher Ärzte können mir, äh, weiterhelfen, in meinem Fall, welche eher weniger, ähm, ja, welche Information benötige ich von meiner Krankenkasse, also, dieser ganze Zusammenhang, ja, ähm, zwischen Körper und, äh, Ernährung und, ähm, ja, Informationsbeschaffung, Kommunikation mit den Ärzten und, ähm, das alles so, ähm, das, das alles, äh, an die richtige Stelle zuzuordnen und dann die Zusammenhänge zu erkennen, das habe ich schnell gelernt, ja, und auch natürlich über die Krankheit, ich hab das, ich hab gedacht, ich wusste über die Krankheit alles, ähm, weil der Arzt mir gesagt hat, diese Krankheit ist eine Autoimmunkrankheit und man ist unheilbar, was auch so stimmt, aber, ähm, trotzdem, da sind so viele Abläufe, äh, die im Hintergrund, äh, also, diese ganzen Zusammenhänge, die Krankheit, wie, wie wirkt die Ernährung auf die Krankheit aus, wie, wie sind die Prozesse im Körper, wie sind da die ganzen Mechanismen, das, das alles war mir neu, das habe ich alles, dank Dejan auch, äh, 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 alles so gelernt, der mir diese komplizierten Prozesse dann einfach runtergebrochen hat, einfach erklärt hat, die, 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 die komplexen Themen, die aktuellen Studien, die es gibt und, äh, das alles hat er dann einfach veranschaulicht, verständlich, für mich nachvollziehbar und, ähm, natürlich Dejan als Mensch, äh, ganz authentisch, der ist als Mensch, der ist, der kam mir, der kam mir sehr, sehr authentisch rüber, seine Wissensvermittlung war sehr gut und das alles dann hat letzten Endes nach meinem Empfinden dazu geführt, dass ich dann nur noch Dejan zuhören wollte, also er war der Richtige, mein richtiger Ansprechpartner in dieser, in dieser Sache und das habe ich auch so gemacht und ich habe mich dann 100 Prozent auf Dejan konzentriert und auf sein, auf sein Coachingprogramm und, ähm, ja, das ging dann ganz schnell, das ging ganz schnell, dass ich dann erscheinungsfrei wurde, Gott sei Dank und, äh, ich bin sehr, sehr dankbar, Gott sei Dank, dass es so geklappt hat bei mir, das ging schnell, unkompliziert und ich wünsche jedem Betroffenen, dass es ihm genauso geht, dass er bei der Suche, dass er nicht viel Zeit verliert, dass er, ja, dass er in dieser Suche nicht verloren geht, dass er auch vor allem nicht warten soll, ich habe zu lange gewartet, ich habe viele Lebensjahre verloren, also Lebensqualität, diese Türen, die waren zu bei mir und, äh, die haben sich nun geöffnet, also es sind nicht nur Türen, die sich geöffnet haben, es sind Tore zu einem, zu einem besseren Leben, wirklich, das ist, äh, unglaublich, das sind so kleine Dinge, die man wieder tun kann, aber die erfüllen einen unglaublich, die geben einem unglaublich, unglaublich viel Kraft wieder, unglaublich, äh, viel Lebensfreude und Lebensqualität, ähm, allein wieder schwimmen gehen zu können, mit meinen Kindern wieder was unternehmen zu können, also wirklich, ähm, eine Lebensqualität wieder zurückgewonnen, die ich nur so von meiner Krankheit kannte, und das wünsche ich auch jedem, der den ähnlichen Leidensweg hat oder sich noch in dieser Situation befindet, ähm, nicht warten, nicht warten, es gibt auf jeden Fall eine Lösung, ähm, ähm, ich habe zu lang gewartet und ich wünsche keinem, dass er auch, äh, diese Jahre einfach vergeudet, solange, dass er da schnell handelt und schnell aus dieser Situation rauskommt. und in diesem Sinne wünsche ich jedem viel Gesundheit und viel Erfolg. äh,